Hallo, herzlich willkommen zur ersten Folge von Let's Play Resident Evil 8. Ein Spiel, auf das ich lange gewartet habe und dann war es plötzlich da. Kam einfach raus heute und dachte ich mir, mach ich doch ein Let's Play. Let's go. Schauen wir uns das Spiel mal an. Einstellungen habe ich alle schon gemacht. Wir spielen auf Englisch, englische Sprachausgabe, deutsche Texte mit Untertiteln und auf Standard. Wir wollen uns hier nicht quälen, das mache ich dann später alleine. Und schauen wir mal, was hier passiert. Die Knie schlugge ich fast, als die Knie rief, über die Wein und unter die Branche, und in die Dämpfe. Bevor sie strange Augen auf sie, die Knie erinnert, die Knie schlugge ihre Schrauben, die Knie schlugge die Mutter's schrecklichen Schrauben, und ihre Knie blöde zu spät. Dann kam der Knie. Er hat sie warmes Zettbewerb und hat seine eigene Stimme. Komm, Kind, quench dich, die Angst, sie sagt. So sie trinkt die Schmähne, schweigte und schweigte mit Freude. Passing through the graveyard, menacing stormclouds loomed, and the air turned bitingly cold. The girl was shivering in her thin clothes. Then a dark weaver appeared, and with a clip of his fingers crafted mist into a beautiful dress. Come, child, warm yourself, he coaxed. So she clothed herself and smiled with joy. Across waters deep and ominous she went. Hoping a boat she found would carry her home. But hunger's grip tightened and her heart grew heavy. Then the fish king appeared, and offered one of his many fins. Come, child, eat your fill. So the girl ate, and smiled with joy once more. Continuing on, she soon entered the forest's dark heart. Then an iron steed appeared, bearing a beautiful golden gear. The creature said nothing as the girl approached, and snatched what she thought was another gift. The horse grew angry and summoned the other monsters. Terror filled the girl's heart as the wild wind rose around the beasts. Suddenly, a witch appeared, dark, yet regal. Gifts we gave, but more you took, she snarled. So more, in turn, is due. In a blink, the girl was trapped inside a mirror. There. She's asleep. What is with the creepy story? She's only six months old. A woman at the store said it was traditional. A local tale. Besides, Rose doesn't seem to mind. Because she doesn't understand it, thank God. We moved here so that she wouldn't have to deal with any of that, remember? There's nothing wrong with my memory. You're just being paranoid. It's not... Never mind. I'm sorry. But I'm not paranoid. I'm just cautious. Then? Go cautiously take your daughter to bed. I'll finish dinner. It's okay, Rose. Your mother doesn't want to remember it. I can't blame her. Did you say something? Nothing. I'll put her down. Okay. Wir kriegen die Steuerung erklärt. Lauf mit VRSD. Das kennen wir schon. Und Sieht ja so ein bisschen aus wie Visage hier. Ja gut. In die Vorratskammer wollen wir sie vielleicht nicht bringen. Wo sollen wir hingehen? Hinten ist eine Tür. Schauen wir mal da. Okay. Ja. Steuern tut es sich genau wie Resident Evil 7. Bisher. Chill. Alles cool. Ja. Wunderschöne Kindergeschichte. Was haben wir hier? Oh. Warte Zimmer. Nein. Da vielleicht auch nicht. War schwierig, wenn man sich in seinem eigenen Haus nicht auskennt. Aber das scheint richtig zu sein hier. Ah ja. Das sieht auch gut aus. Nice. Okay. Nice. Ich glaube, ich muss gleich nochmal an die Ausempfindlichkeit. Die ist sehr, sehr niedrig. Das machen wir doch mal eben, bevor es hier richtig losgeht. Jetzt mal, äh. Schauen wir mal, ob das besser ist. Nicht wirklich. Vielleicht ist es auch nur am Anfang so. Mal schauen. So, was gibt es denn hier? Essen anscheinend. Nice. Ist sie okay? Sie schlafen wie, äh, wie ein Baby. Hm, das riecht gut. Was ist das? Oh, Hand auf, Herr. Es ist Churba de Lagum. Es ist eine Riechung. Wow. Du hast vollen Nativ, nicht wahr? Hm. Und auch ein Wien. Aber wenn du immer wieder schlafenst, all die Nacht, vielleicht nicht mehr haben. Du musst wirklich nicht mehr aufhören. Es ist nur, finden Sie in Louisiana, die Pregnanzierung, Chris bewegen uns hier, die Militärung, es alles passiert so fast, you know? Well, at least wir alle zusammen. Du, ich, Rose. Jetzt wird alles... Du denkst, dass wir einfach vergessen können, was in Louisiana passiert ist? Es hat so lange gemacht. Ich verstehe einfach nicht, warum du so... Hm? Mia! Geh runter! Mia! What the fuck? Mia, oh Gott! Chris? Was der Hölle? Sorry, Ethan. No! What the? What? Why? Was habe ich verpasst? Go, move! Alles gut, alles gut. All clear. Rose? What the hell are you doing with my daughter? Package secure, sir. Take him away. I said get your hands off her! Ethan, no. Rose? Get him out of there. Come on. Get him over there. Hey, Doc. Hello, Mr. Winters. I've got your daughter's results back, and I'd like you to come in to talk about them. How about next Thursday, 4 o'clock? No problem. We'll be there. That was the doc. She'll see us next week. Hey, now. Think positively, all right? We talked about this. I know. We hardly talk about anything else. I keep telling you, it's not Rose that I'm worried about. Well, then what are you worried about? Look, she's going to be fine. I just know it. What else matters? We matter, Ethan. You matter. You just want... Mia, what are you talking about? Is there something you're not telling me? Come on, talk to me. Damn it. I have to take this. Ah. Hmm. Ah. 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 Jesus. About damn time. What's your status? Is the package safe? What are you talking about? Where's Chris Redfield? And Rose? Who is this? This is a secure channel. What the hell happened here? Das ist eine ziemlich gute Frage. Was ist hier passiert? Wer hätte gedacht, dass ein Resident Evil Spiel mal damit anfängt, dass Chris Redfield kommt, meine Frau erschießt und meine Tochter entführt. Das ist jetzt nicht normal. Hätte ich mir das da hinten nochmal anschauen? Na. Ich muss Spuren sagen, ich soll ihnen folgen. Es wäre cool, wenn du die Taschenlampe auch irgendwie gerade aushalten könntest, Junge. Geht das nicht? Hm? Nein? Okay. Spooky. Okay. Fass das noch an. Smart. Richtig smart. Richtig smart, Junge. Der Hocker aufstehen. Ja, okay. Sehr lang, I guess. Vielleicht. Der Vogel. Okay, eine Menge tote Vögel. Wenn man meint. Ja. Okay, ja. Äh. Nett. Nicht ganz so tot, der Vogel. Ist gut. Alles gut. Okay. Hallo? Läuft doch einer. Das ist nur irgendwie. Strip. Man sieht ganz wunderbar gar nichts. Tür. Ja, immer einladend, wenn da so eine Blutspur unter der Tür ist. Immer schön. Das können wir auch machen. Toll, da ist irgendwie nichts sinnvolles drin. Gut. Dorte Pflanze. Ein verstopftes Waschbecken. Okay. Hier geht's weiter. Diverse Medikamente oder sonst was in der Richtung. Nichts drin. Ich werde hier doch gleich gejumpscared. Ich weiß es doch. Oh, eine Lampe. Kann ich die nehmen? Ich kann aber hier runter. Oh, was haben wir hier? Ein Bild. Äh, drehen. Okay. Äh. Nett. Schönes Bild. Ganz fantastisch. Klopf, klopf. Hallo? Das kenne ich als Resident Evil 4. Okay. Da war nur keine Ratte drin. Okay. Da oben randaliert einer. Nehmen wir mal an, ich soll nachgucken gehen. Ich will eigentlich nicht. Nicht ein Inventar oder sowas? Ne. Okay. Ja. Was ist all das? Wie ist das passiert? Oh, es wird, es wird hell. Aber fix. Hindernis überwinden. Super. Aber hey, ich kann was sehen. Das ist gut. Aber ich kann auch rennen jetzt. Witze. Nehmen wir mal an. Richtig schick. Ich nehme mal an, das ist das titelgebende Dorf hier. Schauen wir uns das mal an. Das macht doch Spaß. Aber was liegt hier? Bier. Und Schottglas? Wer trinkt denn Bier aus Schottgläsern? Okay. Oh, das Pferd. Was halt so rumliegt in so einem Dorf, ne? Die Tür ist offensichtlich offen. Ja, das sieht aus, als wären die einfach gegangen. Klar. Vielleicht sind sie unterwegs. Total Sinn. So sieht meine Bude auch immer aus, wenn ich einkaufen gehe. Hey, das Pferd. Wer schleift denn hier tote Pferde durch die Gegend? Ist aber nicht nett. Ist ja ziemlich schnell damit unterwegs. Ist doch irgendwo oben wieder einer. Um rumrandalieren. Ah ja. Absolut nichts hier. Geh mal den Weg weiter. Do not enter. Mal ne Ansage. Da werde ich mich jetzt nicht wirklich dran halten. Okay. Ich brauche wahrscheinlich nicht mehr. einen Schlüssel. Zutritt verboten. Ja. Okay. Da komme ich nicht so leicht rein. Kann ich auch irgendwas machen? Okay. Immer da, wo das gelbe Tape ist, kann man irgendwas tun. Hm. 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 Also es erinnert mich gerade sehr an das Dorf in Resident Evil 4. Allein auch mit dem Schloss im Hintergrund, so das Feeling. Hm. Gefällt mir sehr. Dann gehen wir mal hier weiter. Vielleicht ist ja hier unser totes Pferd hin. Ah ja, das sieht gut aus. Da hängen schon irgendwelche, was, Ziegenköpfe. Und der Traktor läuft noch. Das heißt, hier ist irgendwie mal jemand gewesen. Ja, was ist hier passiert? Ich fürchte, die wollen uns mitteilen, dass wir hier nicht willkommen sind. Friedhof, Werkstatt, Zeremonienplatz. Okay, von der Werkstatt kommen wir. Gehen wir mal hier hin. Höre Musik in der Entfernung. Ein Feuer ist an. Ist irgendwie wesentlich willkommen heißender als alles vorher. Was haben wir hier? Aber diese Tür ist offen. Oh, Kiste. Zerbrechlich aus. Gut, ich habe aber halt kein Messer oder so. Auf Befehl gibt es das Messer. Na klar. Welfahrts, nice. Super. Jetzt habe ich auch ein Inventar. Ah. Uh. Auch dieses Inventar. Sehr Resident Evil 4 mäßig. Find ich gut. Sag ich gar nichts gegen. Das Problem ist, wenn uns das Spiel schon ein Messer gibt, damit wir jemanden angreifen können, dann werden wir das auch tun müssen. Oh. 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 Jesus. Who are you? Who sent you? Nobody. There was an accident down the road. Shhh. What's going on? Oh no. They're coming. Who is? What the hell was that? Do you have a gun? What? Please tell me you have a gun. No. Why would I? Oh nice. Dankeschön. Take it. Take it. Ah, nehm ich. Ist gut. Chill. Hey. Are you listening? Hey. What the? What the fuck yeah? Shit. Oh shit. Oh shit. What the fuck yeah? Leiche. Einige. Okay, aber ich hab immerhin immerhin eine Pistole bekommen. Das ist doch ein bisschen erfreulich. Der ist wohl auch tot. Es ist immer wieder das gleiche irgendein Dorf in Osteuropa. Voll von kranzeligen. Holy shit. Kann ich bitte darauf schießen? Ich möchte das. Okay, ist nicht so einfach mit dem Aiming. Ich lauf mal ein Stück. Oh Gott, ich kann nicht laufen. Hier ist nirgendwo Platz. Na? Ist genug? Nee? Puh, what the hell? Okay. Noch sechs Schuss. Und nur noch eine halbe Hand anscheinend. Äh. Gut, wie komme ich aus dem Dorf raus? Erste Frage. Äh. Inventar herstellen. Kraut und Chemikalie machen erst Hilfe. Okay. Das ist auch nichts Neues. Aha. Wunderbar, da haben wir das passende Kraut. Also wollen wir das doch mal herstellen. Ja, okay. Natürlich bekommen wir direkt ein Achievement dafür. Ich muss die Kamera nochmal umstellen. Das ist einfach... ist das vielleicht. Ne, es funktioniert nicht wirklich. Familienfoto werde ich jetzt nicht benutzen können, um eine Tür zu öffnen. Vielleicht ist hier drin noch irgendwas versehen habe. oder müssen wir hier wieder rein? Ich will eigentlich nicht nochmal rein. Ja, genau deswegen. Genau deswegen. Was haben wir hier? Ah, Bolzenschneider. Natürlich. Natürlich. Okay, der ist einfach verschwunden. Hier haben wir an, er ist aufgestanden und weggelaufen. Komm gleich wieder. Ja, das sieht doch ganz so aus. Ah, eine Radio. Passiert. Oh Gott, munition, sehr schön. Also nach oben. Eingehen können mit Schränken blockiert werden. Oh, das machen wir doch direkt. Ach so, Druckhalten blockieren. Oh, jetzt schließen wir uns hier natürlich auch irgendwie ein. Das ist vielleicht nicht so smart. Kahlia. Wow. Schauen wir mal bitte die Munition. Wundervoll. Was kommt denn jetzt hier bis das Dach? Nee, da ist jemand das durchs Dach gefallen. Okay. Komm ich hier irgendwo raus? Ja. Das sieht nicht gut aus. Ich werde gekrügelt. Das ist auch nicht schön. Da kann ich mich auch nicht rausschießen. Geh weg. Geh einfach mal rennen. Ich werde mich um den hier drinnen zuerst kümmern, wahrscheinlich. Ja. Nicht cool. Ich habe nicht mehr so viel Munition über. Ich komme hier aber auch nirgendwo durch. Ist hier irgendwas, wo ich raus kann? Umklettern vielleicht? Nein, auch nicht. Ups, das war der Verschluss. Ja, ja. Auf mich zu hauen. Kann ich hier mal Erste-Hilfe-Arznei benutzen, vielleicht? Das wäre... Das wäre Spaß. Ah. Hau ab. Immer schön Munition sparen. Frostige Reste. Das ist doch nett. Ich muss nur den Kiln, der hier drin ist, anscheinend. Höh. Ah, frag das doch nicht. Einen Schuss. Na, dann sollten wir mal zu dem Haus gehen. Aber wie kommen wir hier raus? Können wir den Schrank wieder zur Seite schieben? Ah, diese halbangebissene Hand ist echt nicht geil. Bleib mal beim Messer. Weil ich ganz offensichtlich ja keine... Ach nee, hier komme ich ja her. Keine Munition mehr habe. Und gerade nicht weiß, wie ich sie mir crafte. Ich nehme mal an, ich brauche... Was war es denn in Resident Evil 7? Schießpulver? Oh, da sitzt ja einer. Fürchte, der ist nicht freund... Ich fürchte, die sind alle nicht freundlich. Ich wollte gar nicht stören. Ihr könnt da sitzen bleiben. Alles cool. Mann. Okay. Noch mehr. Komm ich... Na? Bock? Okay, das hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Ah! Explodieren, das Fass. Na, komm dran hier. Den Angriff überleben. Komm, komm ein Stück näher. Komm ein Stück näher. Mann. Nein. Oh, das gefällt mir. Ah, ich erinnere mich, dass man... Ich glaube, wenn man blockt, verliert man auch Leben, aber nicht ganz viel. Wir nutzen noch mal eben das Ding. Ah. There's no end to them. Oh Gott. Es schießt ja noch irgendwie mit Feuer oder whatever. Ja, da brennt irgendwas. Schießpulver. Nice. Kann ich daraus Munition craften? Oh, und zwei Schießpulver und zwei Rossigereien. Okay. Aber ich konnte mir noch neues... Neuer Silfer-Arzenein machen. Das ist natürlich gut. Ähm. Warum brennt hier jetzt alles? Irgendjemand schießt mit Feuerpfeilen. Plinten-Munition. Cool. Ich habe aber keine Plinte. Ne. Wow. Danke, Windows. Du bist toll. Oh, wieder. War das Pistolen-Munition? Ich denke, ja. Eingeschloss in einem brennenden Haus. Was du das mit der... mit dem... mit dem Feuer hier am Schießen ist. Äh. Kann ich hier runter? Ja. Dann laufe ich mal. Ne, er war das nicht. Okay. Wer zündet denn hier das Dorf an? Oh. Ich laufe einfach nur noch. Oh. Okay. Here we go. Was ist das für ein... Tich. Irgendwas ist hier sehr groß. Und sehr laut. Komm. Na, nein. Weg. Ja, okay. Jetzt so hell ist er. Sollst du mal? Okay. Danke. Das hilft mir sehr. Nehmen wir auch noch mit. Ein kristalliner Schädel. Kann man ja immer mal gebrauchen, sowas. Ja, ich sollte mir die... Flinte für den da aufsparen, ne? Ah. Okay. Vielleicht auch nicht. Denn es stört ihn überhaupt nicht. Komm ich... Komm hier nicht raus. Stört ihn gar nicht. Okay. Okay. Ja. Das lasse ich erstmal alles liegen. Ich will hier nur weg. Mikalien nehme ich mit. Ah. Das scheint alles nicht besonders effektiv zu sein. Ach, mein Chemikalien. Okay. Wenn ich jetzt noch das Kraut dazu hätte. Nee. Ähm. Soll das so oder bin ich actually tot? Ah, okay. Das soll so. Oder? Ah. Okay. Er ist ganz schön groß. Und haarig. Kicker Bart. Kann er stolz drauf sein. Oh. 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 Erstmal verbannt, genau. Gute Idee. Keine Likes für Likens freigeschattet. Hab ich das automatisch aufgenommen? Okay. Hallo, guten Tag. Halt drauf. Halt drauf. Junge? Hey, warte. Warte, Rose? Sie hier? Rose! Rose, ja. Sie ist in great danger. Since Mother Miranda brought her to the village, we have fallen into darkness. What are you talking about? The monsters? Castle Bell heralds danger. They're coming. No, wait. Where's Rose? Whose Mother Miranda? The bell tolls for us all. They're coming again. Rose is here? Offensichtlich, ja. Okay. Zumindest einen Moment Ruhe, scheinbar. Kalia ist gut. Kalia ist immer gut. Was haben wir hier alles? Nichts interessantes. Ceremonyside, okay, und zum Schloss. Okay, gut. Das hätten wir uns jetzt denken können. Wir opfern diese Wächterziegen zum Schutz des Dorfes und seiner Bewohner. Wer sie zerstört, möge den Zort, der Wutte mir rein. Das machen wir doch sofort. Stören finde ich gut. Ich glaube, das führt zu dem Kastel. Oh, ein wunderschönes Resident Evil Rätsel. Alles klar. Ein Gemälde, oder hier, äh, wie nennt man sowas? Eine Schnitzerei oder sowas, und wir brauchen zwei Teile. Was ist da? Halt bekannt. Was ist da drin? Ich will es haben. Ich nehme mich da rein. Ah, scheinbar nicht. Was haben wir? Blink, blink. Es ist Teilfragment. Okay. Untersuchen. Irgendetwas fehlt. Ja, wahrscheinlich eine Kurbel oder so. Tür. Wie sagt nein? Wie sagt nein? Was sagt diese Tür? Auch nein. Okay. Das sieht auch nicht gut aus. Haben wir dann jetzt nicht langsam irgendwie alles? Ah ne, hier war ich noch nicht. Aber das sieht auch nicht gut aus. Hm. Wo war ich denn noch nicht? Von da unten komme ich. Ah, da war die Karte. Äh, da bin ich. Ah, da oben war ich noch nicht. An dem Haus. Okay. Ich bin ja hier wieder zurückgerannt, anstatt nach rechts zu gehen. Oh, ein Tor aufsteht. Fantastisch. Löchen. Jungfernfragment. Jungfernfragment. Okay, das gehört ziemlich sicher an das Tor. Aha. Eines in der Kirche, eines bei Lucians Haus. Okay, wir sind in der Kirche. Das andere müssen wir also am Haus finden. Wo war das Haus? Hier unten, ho? Mhm. Da fehlt uns ein Schlüssel offensichtlich. Oder irgendwas. Um das zu öffnen. Ja. Oh, die Vogelscheiche aus dem Startbildschirm. Fantastisch. Und irgendein Viech. 14 Schuss habe ich noch. Äh, und ich sollte mal die Arznei benutzen. Wo ist sie? Oh, ich habe keine mehr. Ah, aber ich kann eine machen. Das war's. Benutzen. Schön über die Hand damit, genau. Ah, nervig. Dass hier schon wieder irgendwie ein Viech rumläuft. Mal eben das hier kaputt machen. Pulver, reicht das für craften? 15. Ja, wunderbar. Habe ich auch weniger Angst vor dem Viech. Mehl. Schön. Da liegt da Mehl. Hallo? Ja! Wieso dachte ich, es wäre eine gute Idee, da einfach ranzugehen, anstatt ihn direkt umzuschießen? Mal aus dem ganzen Gestripp da raus. Mal aus dem ganzen Gestripp da raus. mit den Space kann ich gegnern wegstoßen. Okay, irgendwie konnte ich's nicht. Okay, den haben wir. Okay, der löst sich direkt auf, wunderschön. Das ist der Liener Schädel, ja, kann man immer gebrauchen. Nehmen wir an, wir müssen weiter zu dem Haus. Hätte ich hier irgendwas reingesnackt, oder was saßt ihr hier rum? Keine Ahnung, wo der saßt. Oh, da ist noch mehr. Auf den Schluss habe ich noch sieben. Das könnte schwierig werden. Bei irgendeinem Grund fressen die extrem viel Kugeln. Okay, da sitzt er. Ah, natürlich hat er mich bemerkt. Na, einer noch. On point. Okay, er lässt sich keine Pistole-Munition fallen. Das wäre ja zu gut gewesen. Tür öffnen. Ein Mensch. Fantastisch. Oh, nein. Sie sind alle in Luisa. Und sie ist nicht answerin, und die Gäte ist lockt. Quiet, Frau. Er ist ein Outsider. Oh. Shit, wir sind in Dux. Kann dein altes Mann walk? Nein. Ein von den Monstern cut ihn. Er hat viele Blut verloren. Wir müssen in Luisa. Okay. Tür aufmachen, kriegen wir hin. Das ist ja der essenzielle Grundbestandteil jedes Resident Evil Spiels. Türen aufzumachen. Nice. Munition. Auch gut. Haben wir genug zum Craften? Uns fehlen noch zwei rostige Reste. Hallo, ist da jemand drin? Nein. Ah, aber Chemikalie, okay. Hier. Okay, das sind andere Fragmente, aber wir kommen nicht ran. Aber wir können das Tor aufmachen. Es hat 20 Sekunden gebraucht, um das Tor aufzumachen. Es ist direkt angeschissen. Ein Tor aufzumachen. Der ist nicht nur für die anderen Menschen. Ich bin entschuldig. Wir werden hier sicher sein, nicht? Wir werden hier sicher sein, nicht? Wir sind sicher sicher hierher, als dort. Hey, weißt du was hier passiert? Es macht keinen Sinn. Mutter Miranda hat immer uns beschwunden. Keine Antwort. Vater? Hilfe! Wir müssen in der Mitte rein. Hallo? Wer ist hier? Klopf klopf. Vielleicht eine Beziehung. Luisa! Abonnieren! Es ist mir, Elena! Stopp. Schau. Du wirst die Monster. Julian, calm down. Wer ist das? Ein Freund. Bleib zurück. Vater. Für Gott's sake, Julian, lass uns in. Nein. Nein. Sie werden schmerzen die Blut. Sie werden gefährdet uns alle. Mein Vater wird hier sterben. Das ist nicht mein Problem. Was passiert? Das ist nicht? Das ist ein Mann, das ist ein Mann, der in unsere Haus. Komm jetzt, diese Leute sind unsere Freunde. Komm jetzt. Komm jetzt. Komm jetzt. This way. Komm jetzt. Komm jetzt. Komm jetzt. Schauen Sie sich. Oh, ich bin Ethan. Julian, geh mit dir. Und du dich an deinem Meister. Ich hab gesagt, geh. Oh! 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 Alles klar, ich warte doch gerne hier. Oh, Schreibmaschine. Yes. Schreibmaschinen, immer wichtig. Luisa, sie haben schon wieder viel gerissen. Wenn das so weitergeht, überleben wir diesen Winter nicht. Ernest haben wir auch noch nicht gefunden. Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Hat Mutter Miranda sich von uns abgewandt? Ja, wenn ich mir das draußen so angucke, sieht das ganz so aus. Hier. Fotoalbum. Bilder aus dem Dorf. Ja, ich komm schon. Ich wollte nicht hier herumschnüffeln. Outsiders, Sie werden uns alle getötet. Nein, Anton. Er hat Leonardo und Elena geholfen. Wir sind gut, bei uns selbst. Bitte, Ethan. Take a seat. Ist das alles, was er ist? Von der gesamte Stadt? Alles, was er ist? Alles, was er ist? Alles, was er ist? Alles, was er ist? Nein, keinem gibt. Eine wertvolle, unvergleiche, eine dummre, wailing, wisch. Und du? Du strachst einen blödiegenden Mann und einen outsider in hier wie es nichts ist? Und du denkst, dass alles sicher sein wird? Nein, es gibt kein sicher. Hey, every sorry bastard out there has been ripped in half. But tomorrow? Tomorrow we'll all be dead. Just like her damn husband. Put a sock in it, Roxanna! That's enough! This house has protected my family for generations. And drunk or not, you are all welcome and safe in here. Whatever. Can someone please tell me what the hell is going on here? We don't know. One day we were a quiet, devout village, and the next the monsters came and attacked us. And they... they kept coming. Wait, Louisa. Where is your husband? Did they... No. No, he is out there. Somewhere. He... he went to get help. Yeah. Klar. Yes, yes, that's it. That's it. He went to fetch help. Let us pray. For him. For all of us. Good idea. Come. Gather. Great ones, hear our voice, together as one in reverence. We call on thee, within the endless dark, to deliver us into fate's hands. As the midnight moon rises on black wings, so we make our sacrifice, and await the light at the end. In life, and in death, we give you glory. Mother Miranda. Mother Miranda. Now, the tea should be ready. Come help me, Elena, please. That prayer. I've heard it before. There was an old woman near the graveyard. You mean, I... Some bitch is crazy as a bag of rats. There is wisdom in her devotion, though. And I hope it protected her as it shall protect us. Okay. Die sind alle nicht ganz dicht hier, wie mir scheint. What the fuck are you doing? Leonardo, what's wrong? Are you okay? Ah! No! Father! Elena, no, stay back! No, let me go! Ah! No! Ah! Ah! Ah, nicht cool. Nicht cool. Let him go! Elena? Nice. I said no! Oh, my God. I'm so sorry, Father. Hey. Hey. That wasn't your father anymore. You did the right thing. Elena. Elena, no. There's nothing you can do. Papa! This entire place is collapsing. No! You couldn't save him. He was already gone. Leave me alone. No. We're getting out here. Together. If she doesn't want to do it, then let's do it. I have to get out of here. Nothing to do with the start. Okay. Here is burning. Everything is burning. Oh, very nice. No. No. Nothing to do. Ah. Geld. Oh, very nice. Munition for the Schrotflinter. That's good. Ein Auto-Schlüssel. Untersuchen Sie Objekte genauer, um neue Hinweise zu finden. Okay. Schraubenzieher. Okay. Aber hier. Falls nötig, nehmen Sie den Schraubenzieher aus dem Schlüsselanhänger. Ja, das habe ich schon gemacht. Ohne. Den Hinweis. Danke schön. Ist noch irgendwas? Nein. Auto-Schlüssel haben wir. Let's go. Nicht sicher, wo er hinfahren will, aber... Mit der Rostmülle will er hier durch die Wand fahren. Auch noch vorwärts. Okay, ich dachte, er macht jetzt rückwärts durchs Tor. Das wäre irgendwie sinnvoll. Nichts. Nichts. Na dann. Hoch da. Ganz hoch? Okay, ganz schön. Komm schon, es wird halten. Da, das ist unser Weg raus. Oh, mein Gott. Aber was dann? Die Stadt ist voll voll von Monster. Wir können nicht gegen sie kämpfen, es gibt zu viele. Hey, hey, nicht so zu sprechen. Wir finden eine Sicherheitshaus, die dich in, bis ich meine Daughter finden kann. Meine Wunsch ist, sie ist in diesem alten Kastel. Oh, nein. Die Stadt ist voll voll von nichts, aber nur Blut und Death. Und ich will nicht sein, wenn du... Vater? Elena, nein. Das ist nicht sie. Das ist nicht mehr. Elena! Er hat gesagt, mein Name. Vater! Nein, das ist nicht sicher. Bleib da. Komm mal, gib mir deine Hand. Ethan, geh. Save deine Daughter. Elena! Don't give up! Reach for me! Ah! Goddammit! Fire! Everyone dying on me! This is... This is just too much. I just... Don't get it. Raus hier. Ja. Ja. Das hat er gut erkannt. Die Untertitel sind manchmal sehr kreativ. Haben wir hier... Wenn wir immer noch nicht auf... Oh, doch. Wir können es vielleicht damit auf... Ja, wunderbar. Rämonenfragment. Stolz... Stolz feiert. Oh. Wer... Was war das? Na hinterher, Junge. Lauf. Und natürlich ist sie weg. Aber die... Alte ist wieder da. Okay. Lauf. Okay. Leicht gruselig. Die Frau. Aber gehen wir einfach mal zum Tor. Denn wir haben ja jetzt die beiden Teile hier. Das Dämonenfragment... Okay. Wir müssen es noch richtig drehen. Und das Junge von Fragment... Wie war das? Ah, so rum. Okay. 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 Na dann auf zum... Cross. Okay. Heil. Heil ragt irgendwie ins Wasser. Dann schauen wir doch mal, was es im Schloss Schönes gibt. Und... Aus, als wären wir im Keller. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, um mal Schluss zu machen an dieser Stelle. Denn wir sind jetzt bei einer Stunde und ich glaube eine Stunde ist eine ganz gute Zeit. Und wir haben hier glaube ich gerade einen ganz guten Cut. Ähm... Das Dorf hinter uns gelassen. Gehen jetzt ins Schloss. Und schauen mal in der nächsten Folge, was uns da erwartet. Bleibt dran. Schaltet wieder ein. Abonniert. Subscribt. Whatever. Dann verpasst ihr das nächste Video nicht. Und bis zum nächsten Mal. Besucher. Sudden lief Space. 2. 2. 1.